Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe Tipps & Tricks. Mein Name ist Patrick und heute möchte ich euch zeigen, wie ich ein Klick-Vinylboden, ein Reststück, ganz einfach hier ausmessen und einpassen kann. Viel Spaß dabei! Jetzt könnte ich als erstes mir das fehlende Stück ausmessen und auf die Platte aufzeichnen. Das geht aber auch einfacher, indem ich die Platte entgegengesetzter Richtung, der Verlegerichtung, anhalte, mit dem entsprechenden Abstand zur Wand, lege einen Winkel genau an die Stoßkante und fahre mit meinem Cuttermesser einmal lang. Durchbrechen Und einsetzen Das war's. Und hier noch ein weiterer Tipp für die Längskante, für die abschließende Reihe im Raum. Wie finde ich die Breite raus? Ich kann's natürlich messen auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt allerdings lange Platten habe und viele Wellen in den Putz, so ist es doch unwahrscheinlich schwierig, das genau rauszumessen. Ich lege mir das zu schneidende Brett genau an die Kante. Ein neues Brett lege ich an die Wand. Wenn ich möchte, kann ich auch noch ein bisschen mehr Abstand einhalten, schiebe das Brett ein bisschen von der Wand weg und schneide vorsichtig an der Kante entlang. Die Kante entnehmen und abbrechen und einlassen. Fertig. Wie ihr hier sehen könnt, passt mein Bodenbelag nicht unter die Zarge. Um das beheben zu können, drehe ich mein Bodenbelag um, dass ich ihn nicht verkratze, die Oberfläche nicht verkratze. Nehme hier den kleinen Multimaster mit 10,8 Volt und schneide ein. Fertig. Untertitelung des ZDF, 2020 Rausschieben und das Brett einsetzen. Fertig. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.